Hallo Freunde, willkommen zu einem, naja, wie soll ich es nennen, Infovideo, denn ich habe in den letzten Tagen, Wochen, ja lang hat es nicht gedauert, aber die gibt es jetzt schon ein bisschen, naja egal, ich habe hier ebenfalls eine Adventure Map zusammengebaut, die ich euch jedenfalls nicht vorenthalten will. Ich wollte sie eigentlich zuallererst dem guten Zombie Zock schicken, denn der spielt ja momentan Adventure Maps, aber da ich das ja jetzt erledigt habe mit seinen über 150 Adventure Maps, die er zu spielen hat, wird das wohl in nächster Zukunft nichts. Also habe ich mir gedacht, veröffentlichst du sie doch einfach mal, spielt sie, lasst mir Kommentare da, wie ihr sie findet. Und ja, es ist meine erste Map, also erwarte bitte keine geistigen oder baulichen Meisterleistungen, ich arbeite gerade auch schon an einer zweiten, die wird glaube ich auch deutlich größer, aber naja, ich hoffe ja auf ein paar Rückmeldungen und ein paar, ja, Meinungen zu der Map. Den Download-Link zur Map findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, ihr braucht eigentlich nichts außer Minecraft 1.8, die Map ist dafür gebaut, also ihr dürft auch sprinten und so. Und ja, Beschreibung ist mit drin, ein modifiziertes Texture Pack ist mit drin, das man allerdings nicht unbedingt nutzen muss, aber es ist ein bisschen angepasst für die Map. Und ja, viel Spaß dabei, euer CodeRed.